hallo und herzlich willkommen und auch wir haben mal volle energie herzlich willkommen zu unserer kleinen farm willkommen ganz sonnig und klar ja 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 ihr seid genervt die sind immer genervt in letzter zeit immer ein bisschen genervt im brust hallo es ist so lange her seit ich von dir gehört habe mein schatz hier ist es genau wie ich vermisse dich so sehr alles liebe ich habe hier einen umschlag mit etwas geld gefunden und hat mir den ober hinterlassen sind die meine finanzprobleme sind die meine finanzprobleme vielleicht danke mama das ist echt super über duber nett traumhaft soll ich trotzdem erst mal ja schau doch mal hin es sieht nicht so richtig wo man hier ist so richtig oder wie lange ich müsste mal anschauen war lange der sommer überhaupt noch lange der verleicht und vor allen dingen verfallen uns hier sind das hier die die sind doch ganz doch vergessen oder hier über noch nie wieder was denke ich ich denke dass es steht ihr wisst was ich meine er messe anständig anklicken aber meine hektik ich natürlich immer daneben und glaube ich glaube nie die sind schon gut nur das ist da unten hier das ding da hier das ist ich glaube die anderen könnten sogar eventuell was werden was ist denn hier mit flo loko poko und doko ich merke mir die normen leider nicht vielleicht über die jahre hinweg merke ich es mir so können wir können noch mal ernten ja ich sag mal dass man hier mehrfach ernten kann ist natürlich so gut das ist eigentlich mit unserem mais hier oder war das mais was wir da unten anpacken ach Gott könntest du schau mal hin das ist doch leicht traurig hier mit der Gießerei ähm was wollte ich sagen weiß es nicht mehr ja das das ist eigentlich ganz gut mit unseren weil das andere zeug das wächst ja nicht vom allerwerdesten weg obwohl wenn wir schon mal hier sind dann könnten wir ja eigentlich den ganzen schnee hier verkaufen und schaut euch mal das an schaut euch doch mal das an was wir hier schon wieder gelassen haben ähm mal ganz was anderes flori blori und glori hier drin ist natürlich auch schau dir wir brauchen eins haben sie uns weggefressen also die essen dann doch anscheinend was ist denn das? ein Pilz wo sind denn eigentlich meine Hühnel? da wer bist denn du? wo weiß ich denn eigentlich wer der ist? alter ein Monat tschikodi tschikodi sieht ganz in Ordnung aus aha tschikodi naja das können wir abends können wir da nochmal hin brauchen wir ja uns jetzt nicht obwohl wenn wir jetzt schon mal hier sind tschikodi wer sind das? loko baby super so was wollen wir denn eigentlich jetzt machen? ich glaube Schleime hätten wir noch zu ja pss dann sollten wir haben wir Schwert haben wir wir haben noch ein bisschen Energie ja wir können Schleime jagen na dann auf geht's sollten wir eigentlich noch was machen? wahrscheinlich nicht schau doch mal immer ein bisschen nach Regenbommern aber ich glaube hier ist keiner 12.40 Uhr schon wieder ganz schön weit hin hi ich spreche dich nicht an du denkst eh nur ich will dich veralbern so wir mal schauen was wir jetzt hier reisen können ja vor allen Dingen wo ist der Ausgang vor allen Dingen gibt es wirklich da manchmal so zwei oder drei Ausgänge? ah nee ja war das Zufall momentan würde ich sagen hier gibt es gar keinen Ausgang aber okay aber der Ausgang der ist auch ach da der ist auch immer woanders man kann gar nicht sagen der ist irgendwie im Norden oder im Süden oder so jetzt können wir es mal metzeln hier gibt es genug gleich eine Ausgang gefunden ah das Holz schwer das lohnt sich wollte ich sagen warte ah Hilfe wieviel brauchen wir noch? wieviel brauchen wir noch von den Schleimis? wollen wir schauen noch einen okay Schleimi wo bist du? ist schwer das haut richtig rein so haben wir jetzt alle rede mit Luis oh mit Luis warte ich müsste aber trotzdem bevor wir mit Luis reden ach da kommen wir gar nicht vorbei echt warte nee ach so kann ich denn echt mit der tatsächlich das hätte ich jetzt noch nicht gedacht okay das ist ja so ein Bommeldier komm ich mit dem Bommeldier mehr? warte 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 wir nehmen noch das Luis also ja fliegen müssten wir eigentlich auch aber ich weiß nicht das sind glaube ich hunderttausende von den Fliegen hä? hä? oh super wir müssen sowieso glaube ich noch mehr Schleimer hier wieso? hallo hallo na komm na komm na komm 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 ach so ja halt dann könnten wir mal hier die die lassen sich richtig schwumm einschlag weg es hat sich gelohnt das Holzschwert muss ich sagen Zucker Spinne hat mir glaube ich empfohlen dieses Holzschwert zu kaufen irgendwas soll ich noch kaufen für die Hühnerfarm ich weiß es noch nicht mehr danke aber warte mit Luis müssen wir doch sprechen wie machen wir denn das ist der abends immer im Saloon? bin mir gar nicht sicher aber jetzt haben wir einiges an oder? was ist das hier? oh warte halt da unten ist Quarz nett 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 ich hab schon gedacht wir kommen da gar nicht durch das ist schon mal super dass wir einen dass wir einen Rucksack haben ich finde das war die beste Investition überhaupt ähm ja schön aber kommen wir noch eins Runde ne wir gehen rauf genug ja ja verlassen und wir schauen mal ob wir Luis finden das wäre toll ich glaub's bei ja ich weiß ähm ich glaub's beinah nicht aber aber man weiß ja nicht ja ja man kommt nur hier runde so Luis zeig dich zeig dich Luis also bist du ja nicht nach woher man schaut Luis wo wo war ja schon hier warst du manchmal aber ja ich komm zu weit hier rüber merke ich glaube so ja jetzt Luis vielleicht ist er im Saloon wenn du viel Glück hast Luis hörst du doch ich bin an meinem nein nein Luis hier ich bin hier ah mh mh Gatwin du hast ja bei unserem Schleipproblem mitgeholfen oh ja ja dank dir dank dir oh ich hoffe es war nicht zu viel Arbeit für dich mh diese Schleime können in Gruppen ziemlich gefährlich sein oh es sollte dank deiner Bemühungen jetzt etwas einfacher sein auf die Erkundungstour zu gehen mh viel Spaß mit deiner Belohnung na dann mh und hast du noch was nee nee äh das war alles ansonsten bin ich sehr energielos naja das ist manchmal so wenn man aus der Mine kommt da ist man so ein bisschen kraftlos und energie lo los so ist das eben mh jetzt kann schon was los ist heute Freitag ja du kannst einen Zapfhorn benutzen um Sirup und andere nützliche Flüssigkeiten von Bäumen zu gewinnen ja das ist ein netter Tipp allerdings komm wir Brot finde ich super wir ernähren uns jetzt von Brot und Salat sehr schön wir haben jetzt 500 500 auf die Kante sag mal ist es hier ich verwechsel immer Robin und ja es ist Robin was macht denn ihr ist alles klar hm hm wenn ich den Spielball einen Topspin versetze könnte ich vielleicht ja vielleicht hm ob ich Sam mal gewinnen lassen sollte nö Herr Begel passt auf irgendwie hätte hätte ich gerne eine Katze leider ist mein Vater gegen so ziemlich alles allergisch wer ist denn dein Vater Willi alles klar hm den ganzen Tag mit den salzigen Fischen zu hantieren macht eine Kale so richtig trocken so was ist denn hier los danke 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 haben wir noch was tiefer in die Mine reiche Mine eben ach ja stimmt da hattet ihr mir auch was geschrieben was ich komplett schon wieder vergessen aber so komplett also das weiß ich wirklich unwahr wenn wir schon mal hier sind jetzt würde ich doch gern mal wissen Moment Tomate hatten wir Tomaten angebaut was ist denn eigentlich wenn wir hm was ist denn eigentlich wenn wir hatten wir Tomaten wenn wir jetzt gar nicht so sehr ach so halt wir wollten ja wir haben schon noch ein bisschen es sind schon noch ein paar Tage dort Willi Geburtstag heute hat übrigens Demetrius Geburtstag Demetrius bist du gerade raufgegangen ja wir können ihm sowieso nichts schenken jawohl wir haben einiges ja aber noch sieht es mit unseren sozialen Erkenntnissen nicht nicht schlecht ich weiß gar nicht haben wir Tomaten haben wir Tomaten irgendwie kommt mir Tomaten bekannt vor hab dich wahrscheinlich durch den Kaninchen Bau entwischt so jetzt müssen wir mal schauen hier ne ach so wisst ihr was wir vergessen haben ne ich hab's vergessen unserem Freund hier und jetzt ist natürlich zu spät der wird wahrscheinlich jämmerlich verdursten unser armer 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 hund so Stein eine Giote ein Schleim Kupfer haben wir jetzt 32 finde ich super dann haben wir schon 5 von denen Kohle ist immer gut ja das hier könnten wir eigentlich gleich hier hin und das könnten wir eigentlich hier oben lassen ne haben wir eigentlich hier noch was ja ne ach so hier haben wir auch noch 27 Kupfer das ist jetzt super es sollten ab und zu mal sein Kupfer auch ihr wisst hier wir müssen mal einen Schmelztag einlegen tut mir echt leid Junge Schnuffel Schnuffel tut mir echt wirklich leid also ciao tschau hoch